in der serie gute zeiten schlechte zeiten hat carlos nichts mehr zu verlieren die würfel sind gefallen alicia josefeng bressel hat sich von carlos patrick fernandes getrennt und sein leben ein einziger scherbenhaufen in der serie gute zeiten schlechte zeiten hat er längst alles verloren den job die reputation seine freunde und eine wohnung hat er auch nicht mehr nur eines ist carlos geblieben seine wut im fokus seines ärgers katrin flemming ulrike frank als carlos auf einer parkbank mit einem obdachlosen ins gespräch kommt fällt er die entscheidung rache zu nehmen gzs carlos vertraut sich tobias an ich habe alles verloren seit dem prozess bin ich für die ganze branche durch es bleibt immer was hängen erzählt carlos tobias und weiter ich wollte dass alicia stolz auf mich ist deshalb habe ich gelogen dann konnte ich nicht mehr aufhören jetzt habe ich keinen job kein geld alicia hat mich verlassen mein auto ist weg und den führerschein bin ich auch los alles was ich anfasse geht schief ich weiß dass das allein meine schuld ist aber warum konnte ich ihr nicht die wahrheit sagen ihr ist es egal ob ich viel verdiene oder ob ich taxifahrer bin ich habe alles versaut mit diesen worten versucht carlos bei tobias durchzudringen achtung spoiler dieser beitrag enthält informationen zur gzs z folge die rtl am kommenden mittwoch 17 juli um 19.40 uhr im free tv zeigt beim streaming dienst rtl plus ist die episode wie immer bereits eine woche früher verfügbar sternchen gzs z carlos schleicht sich an katrin heran wie wir aus der offiziellen gzs z vorschau erfahren will sich carlos an katrin rächen blind vor wut steht er kurz davor den größten fehler seines lebens zu begehen er taucht mit einem messer in der agentur auf gzs z so denkt patrick fernandes über carlos im wahren leben unterscheidet patrick fernandes eine menge von seiner rolle carlos und ich sind beide leidenschaftliche erdmenschen impulsiv macher und adrenalin süchtig so der schauspieler im interview mit rtl-pressesprecher frank pick unser unterschied er benutzt zu viel gel hahaha nein jetzt mal im ernst ich würde niemals leute hintergehen um meine ziele zu erreichen da ist carlos viel skrupelloser als ich allerdings bereite es fernandes große freude den bösen carlos zu spielen obgleich ihm die handlung ab und zu auch auf das gemüt schlägt ein schauspiel coach am set half ihm carlos böses ich gut darzustellen irg fernandes große Untertitelung des ZDF, 2020